Hier ist das erste Sicheloni-Fernsehen mit der Sicheloni-Schau. Heute im Studio Sicheloni himself. Guten Abend, meine Grüße und Boss. Ich begrüße Sie zur Sicheloni-Schau. Hey Grüße und Boss, das ist jetzt das Peinlichste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe, leider. Meine Fresse, es ist peinlich. Leco mio, de la Custo Quanta, mit dem Selfie-Stick. Puh, also nur für euch. Heute geht's auf Safari am Gardasee. Und ja, da schauen wir uns heute mal die kleinen Tigis an. Hoffentlich. Und ich mag euch natürlich dabei haben, weil ich weiß, dass ihr Pfeifen seid und da nicht durchfahrt. Und davor brauchen wir natürlich noch etwas Kleines zum Einkaufen. Das zeige ich euch dann später. Also wir haben jetzt leider keine Cabri sondern Safari gekriegt, aber ich hoffe es fällt denen nicht auf am Eingang und wir haben noch eine Banane gekauft, weil gestern mich noch der Tiger angerufen hat, dass er gerne eine Banane hätte und die bringen wir ihm jetzt mit, damit er eine Knie sicher hinein gekriegt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.